Uiuiui, das könnte ein richtig warmes Frühjahr werden in diesem Jahr. Noah hat seine Frühlingsprognose nochmal nach oben korrigiert. Das sind die Abweichungen für die Monate März bis Mai. Zwei Grad wärmer als das neue Klimamittel, also das Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Und das war ja schon eine sehr warme Wetterphase und da sollen wir jetzt nochmal rund zwei Grad darüber liegen. Es ist sehr spannend. Wir schauen uns die Details gleich am Ende von diesem Video nochmal an und gucken dann auch mal auf die Niederschläge, denn auch die sind sehr, sehr spannend. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Aber wir haben mal wieder zwei User-Kommentare rausgepickt. Der erste kommt von Bike12345. Ich möchte mal erinnern, dass wir auch noch im März und April eine winterliche Phase bekommen können. Aber nur weil es jetzt etwas milder ist, heißt es ja noch lange nicht, dass man direkt den Gartenstart klar machen muss. Da hast du recht, Bike12345. In der Tat, natürlich kann es immer noch Kaltlufteinbrüche geben. Im März, im April, sogar Anfang Mai ist das alles noch möglich. Stichwort Eisheilige. Deswegen rauslaufen in den Garten und anfangen den Garten zu bepflanzen. Das sollte man wirklich noch nicht tun. Es wird zwar vorübergehend milder, aber ich bin sicher, es gibt auch noch die ein oder andere kalte Phase. Also, Biker12345 hat recht. Den Winter ganz abschreiben wäre verkehrt. Es gibt aber erst mal ein paar milde Tage. Dann noch ein Kommentar von Elke Schulze. Es war zu lange kaum Sonnenschein, nur graues Wetter und Nieselregen mit Wind. Brrrr. Auch da hat Elke recht. Ich muss ihr recht geben, besser gesagt, denn die aktuellen Daten zeigen, der Winter war bisher doch zum Teil deutlich zu trüb in einigen Regionen. Die Sonne kam zu kurz und da kann ich schon verstehen, dass Elke gerne etwas mehr Sonnenschein haben würde. Den könnte es dann in den nächsten Tagen vermehrt geben, denn ein Hoch rückt in unsere Nähe. Und hier und da kommt dann auch mal längere Zeit die Sonne zum Vorschein. Vielen Dank für die Kommentare. Ich freue mich immer wieder gerne über eure Kommentare. Hinterlasst doch gerne eure Fragen hier unter diesem Wettervideo. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose bis zum 18. Februar mittlerweile. Und wir sehen eigentlich, dass wir nichts sehen in Sachen Winterwetter. Zumindest erst mal nicht so bis zum 14. oder 15. Februar. Heute aber ist der Hauptlauf hinten raus unten mit dabei. Hier die schwarze Linie, da wird so ein bisschen simuliert, es könnte kalt werden ab dem 16. oder 17. Februar. Aber das Mittel aus allen Läufen, die rote Linie, bleibt noch ein bisschen weiter oben, um die 5 bis 6 Grad liegen. Und es gibt auch weiterhin Ausreißer, ganz hier oben einer sogar bei 15, 16 Grad zu finden. Die Unsicherheit ist weiter vorhanden. Also was da genau passiert nach dem 15. Februar ist offen. Aber bis zum 15. Februar, da sind die Linien ziemlich eng beieinander. Und da gibt es eigentlich kaum noch was dran zu deuteln. Es geht erst mal relativ mild weiter mit Temperaturen von 10, 11 Grad in einigen Teilen der Mitte Deutschlands. Und vor allen Dingen, es gibt wenig Niederschlag. Das sehen wir ja unten. Also die Niederschlagssignale werden immer schwacher in den kommenden Tagen. Und das liegt eben daran, dass sich ein Hoch über Mitteleuropa legen wird. Und hier nochmal ein bisschen aufgefächert die verschiedenen Niederschlagsberechnungen der einzelnen Läufe. Und wir sehen im Mittel bis zum 18. Februar so um die 16, 17 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Es gibt einzelne Ausreißer weiter oben bis zu 35. Aber auch der ein oder andere, der sieht knapp um die 5 Liter Niederschlag pro Quadratmeter auf die kommenden zwei Wochen verteilt. Das wäre ganz schön wenig. Und wie gesagt, das Ganze hängt eben mit hohem Luftdruck zusammen. Nächste Woche, da steigt der Luftdruck deutlich an. Da kommt ein Hoch nach Mitteleuropa. Und wir sehen hier im Mittel einen Druck in der Mitte des Landes um die 1030 Hektopascal. Einzelne Ausreißer noch weiter oben. Knapp schon 1050 Hektopascal. Das wäre wirklich ein Betonhoch wieder. Aber es gibt auch andere Berechnungen, die sehen das nicht so stabil. Die sehen auch rasch wieder Tiefdruckeinfluss. Aber das Mittel sagt eher, naja, es riecht nach hohem Luftdruck. Und das über ein paar Tage hinweg. Und wir sehen es auch hier unten. Wie gesagt, kaum Niederschlagssignale in Sicht. Wind ist auch heute immer noch ein Thema. Ihr merkt es wahrscheinlich, wenn ihr draußen unterwegs seid. Vor allen Dingen im Norden und auch in der Mitte ist es noch sehr windig. Zum Teil auch in den höheren Lagen noch einzelne stürmische Böen. Aber in den nächsten Tagen und Stunden, da wird sich der Wind ein bisschen legen. Das Ganze wird ein bisschen entspannter sein Richtung Wochenende. Vor allen Dingen am Sonntag zieht aber hier aus Westen ein neues Windfeld heran. Wir zoomen mal raus und gucken uns mal ganz Europa an. Und da fällt uns direkt hier der Mittelmeerraum ins Auge. Und hier besonders die Region rund um Griechenland. Da ist ein Tief unterwegs, auch zum Teil mit kräftigen, mit schweren Sturmböen, mit Unwettergefahr. Da gibt es kräftige Niederschläge, zum Teil Überschwemmungen. Also da im östlichen Mittelmeerraum ist mächtig etwas los. Im Rest Europas insgesamt nur wenig Wind. Einzige Ausnahme hier nördlich von Großbritannien. Da gibt es noch einzelne Sturmböen. Ja, der Winter seit 1881. Hier sehen wir ihn mal quasi grafisch dargestellt. Und hier dieser kleine Klecks, das ist die aktuelle Temperatur im Winter 2021, 2022. Und wir sehen, der aktuelle Winter ist schon hier oben zu finden im Bereich der bisher wärmsten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Hier zum Teil richtig kalte Winter in den 60ern. Aber die hat es so eben auch schon längere Zeit nicht mehr gegeben. Der Februar bleibt erstmal in den kommenden 10 bis 14 Tagen relativ mild. Was in der zweiten Monatshälfte passiert? Wir haben es eben gesehen, dass es eben noch mit großen Unsicherheiten behaftet. Die Temperaturen 1500 Metern Höhe am kommenden Freitag. Wir haben noch knapp um die 0 bis minus 2 Grad über Deutschland. Das ist nicht wirklich kalt für einen Februartag in dieser Höhe. Und wir sehen hier im westlichen Mittelmeerraum schon Temperaturen bis zu 10, 11, 12, 13 Grad in 1500 Metern Höhe. Da probt so ein klein wenig der Frühling. Wir schauen auf den Sonntag. Wir beachten mal dieses kräftige Hoch hier vor unserer Haustür. Noch sind relativ kühle Luftmassen bei uns unterwegs. Aber das wird sich dann nächste Woche ändern. Zum Dienstag hin, da verschiebt sich das hoch hier Richtung Mitteleuropa. Und es bringt uns ruhiges Wetter. Zum Teil längere Zeit Wolken oder auch Hochnebel. Aber auch die Sonne kommt immer mal wieder zum Vorschein. Und in der Höhe wird es dann insgesamt bei uns in Deutschland deutlich milder werden. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 6 Grad über 0 in 1500 Meter Höhe. Und auch nächste Woche Donnerstag geht es ähnlich weiter. Das Hoch bewegt sich kaum von Ort und Stelle. Weiterhin die Temperaturen hier über Deutschland meist im positiven Bereich. Nur hier im Nordosten in 1500 Metern Höhe. Um die 0 bis minus 1 oder minus 2 Grad. Im Rest des Landes aber, wie gesagt, positive Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Ja und das hier ist auch eine sehr spannende Karte. Und zwar ist das die Temperaturabweichung in der nächsten Woche. Und zwar nächste Woche Freitag. Und hier ist Deutschland zu sehen. Und wir sehen in 1500 Metern Höhe sind die Temperaturen teilweise um die 8 Grad. Über dem, was normalerweise zu dieser Jahreszeit hier bei uns in Deutschland zu erwarten wäre. Also deutlich zu warm. Aber nicht nur bei uns ist die Höhenwärme unterwegs. Auch hier über Großbritannien, über Frankreich, Spanien, Portugal bis weit hier nach Osteuropa sind zu warme Luftmassen im Vergleich zum langjährigen Klimamittel unterwegs. Und wir gucken uns noch die einzelnen Ensembles an und stellen fest, auch da ist erstmal kein Winterwetter in Sicht. Die nächsten ein bis zwei Wochen geht es eher relativ mild weiter. Nächste Woche ein Hauch von Vorfrühlingen. Auch im Norden steigen die Werte nochmal an. 10, 11 Grad sind da möglich. Regional auch 12 oder 13 Grad. Und dann auch hier ab dem 16. 17. nehmen die Unsicherheiten wieder zu. Der Hauptlauf ist heute ganz unten angesiedelt. Ist wahrscheinlich erstmal nur ein kalter Ausreißer. Ich sage es ja immer wieder, wir müssen hier die rote Linie betrachten. Dann bekommen wir auch keine falschen Ergebnisse. Denn der Hauptlauf, der springt mal nach unten, mal nach oben, mal nach unten. Deswegen ist man hier mit der roten Linie dem Durchschnitts allen Berechnungen deutlich besser aufgestellt. Und auch im Norden gilt, es ist kaum Niederschlag in den nächsten Tagen zu erwarten. Und im süddeutschen Raum sieht es noch trockener aus. Hier wirklich fast überhaupt keine Signale mehr über einige Tage hinweg. Die Temperaturen auch hier um die 5 bis 10 Grad hinten raus. Das große Rauschen, der Hauptlauf auch hier ganz unten zu finden. Aber das Mittel bleibt bei 5 Grad über 0. Und einzelne Ausreißer gehen rauf auf bis zu 16 Grad. Es ist also ein Hin und Her nach der Monatsmitte zu erwarten. Und wir schauen nach Ostdeutschland ebenfalls hier bis zum 18. Februar. Und stellen fest, ja, insgesamt geht es auch hier erstmal mild weiter. Das ist recht sicher, mindestens bis zum 14. bis 15. Februar. Und dann beginnen auch hier die Unsicherheiten größer zu werden. Aber das Mittel bleibt im positiven Bereich. Auch hier ist erstmal kein Winterwetter in Sicht. Und der Blick nach Westdeutschland. Auch hier sieht es erstmal nach einer sehr langen, eher trockenen Wetterphase aus. Wir sehen es hier unten an der Niederschlagskurve. Die ist fast kaum vorhanden. Da gibt es kaum nennenswerte Signale. Und auch im Westen des Landes gilt die Temperaturen bleiben im milden Bereich. Teilweise knapp über 10 Grad werden da gemessen. An dieser Stelle, wo hier die Ensemble-Prognose ausgegeben wird. Nach hinten raus auch hier. Der Hauptlauf wieder ganz unten zu finden. Die schwarze Linie. Das Mittel bleibt weiter oben. 5, 6, 7 Grad. Und auch hier sind einzelne Ausreißer mit dabei von teilweise über 10 Grad. Tja, und das hier ist jetzt die neueste Prognose von der NOA für den Frühling 2022. Der März 2 Grad in weiten Landesteilen zu warm. Bei uns in Deutschland im Süden sogar knapp 3 Grad wärmer. Das betrifft auch hier den Alpenraum. 3 Grad wärmer als das Klimamittel. Und zwar als das Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Mit diesem 30-Jahres-Mittel erstellt NOA seine Karten. Das hat sich vor ein paar Monaten mal umgestellt. Wir schauen auf den April. Auch der könnte zu warm ausfallen. Allerdings nicht ganz so große Ausreißer wie eben beim März. So 1 Grad zu warm. Hier im Südwesten und Süden und auch hier im Alpenraum. Bis zu 2 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Und der Mai dann wieder doch deutlich zu warm. Bis zu 2 Grad würde hier die Abweichung betragen. Aber nicht nur bei uns in Deutschland. Auch in Westeuropa und hier in Nordeuropa hier teilweise sogar bis zu 3 Grad zu warm. Also es riecht so ein klein wenig nach einem recht warmen Frühjahr in diesem Jahr. Mal gucken, wann es vielleicht schon die ersten frühsommerlichen Tage geben wird. Vielleicht schon Ende März, Anfang April. Aber auch das wäre nichts ungewöhnlich. Das Dach hat es bei uns schon mal gegeben. Sehr spannend auch der Blick auf die Abweichung des gesamten Frühjahres. Wir hatten es eingangs schon gezeigt. 2 Grad über alle Monate hinweg soll der Frühling zu warm ausfallen bei uns in Deutschland. Und ganz spannend auch der Blick auf die Niederschlagsanomalie im kommenden Frühjahr. Das soll nämlich von Westeuropa über Mitteleuropa bis Osteuropa dann doch leicht zu trocken ausfallen. Also weniger Niederschlag als üblich. Und das wäre nicht ganz so gut. Auch hier Italien teilweise deutlich zu trocken. Und in Italien gibt es aktuell im Norden schon ein Problem mit Niedrigwasser und mit großer Trockenheit. Schon jetzt Ende Januar, Anfang Februar gibt es im Norden Italiens einige Waldbrände. Also Waldbrände im Februar, das ist eigentlich nicht das, was wir gerne hören. Die gibt es doch meist eher nur im Sommer. Aber jetzt ist es dort schon so trocken im Norden Italiens, dass dort eben schon die ersten Waldbrände aufgetreten sind. Deswegen das trockene Frühjahr, das wollen wir nicht unbedingt haben. Da darf es gerne auch mal ein bisschen nasser werden. Das tut der Natur auch richtig gut. Ja, das war es vom Wetter hier bei wetter.net am heutigen 2. Februar. Heute ist ja nicht nur Maria Lichtmess, heute ist ja auch der Murmeltiertag. Und ich denke mal, der eine oder andere hat von diesem Murmeltiertag schon gehört. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was es mit diesem Murmeltiertag auf sich hat. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetternet auf YouTube. Tschüss und bis bald.